Willkommen zu einem neuen Video von Basement45. Wie ihr alle gesehen habt, es geht mal wieder um einen Vollverstärker, um einen meiner Lieblingsvollverstärker, den NAD 316 BEE in der zweiten Version. Und warum der letzte seiner Art? Weil es der letzte Klass AB Vollverstärker im Programm vom NAD ist. Der Hersteller, der sich mittlerweile komplett auf die Klass D Schiene gesetzt hat und dort natürlich hervorragende Arbeit leistet. Das ist der letzte Kandidat, den man auch auf der Website noch kaufen kann. Weit unter 400 Euro kostet, hervorragend ausgestattet ist. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an und danach sprechen wir darüber, wie er klingt. Da haben wir den Prachtkerl. Der letzte seiner Art, der letzte richtige, nenne ich mal Vollverstärker mit Klass AB Technik und großem Ringkern Transformator von NAD. Der letzte, der noch gebaut wird. Der letzte, den es noch so offiziell zu kaufen gibt. Und wir reden hier von dem 316 BEE, dem kleinsten Gerät mit 2 x 40 Watt an 4 und 8 Ohm. Also genügend Leistung natürlich, um einige Lautsprecher auch schwierigere anzutreiben. Für die ganz Großen wird es nicht lang. Aber schauen wir uns das Ganze an. Ich finde hier klassisches Design. Schwarz, unauffällig. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich habe immer schon ein Auge auf den NAD geworfen, denn mit seinen Anschlüssen, mit dem Kopfhöreranschluss und dem Tuner AUX Video CD, eine wunderbare Phono-Vorstufe und einem Media Player, den ich hier per Klinker anschließen kann. Ist da sehr, sehr gut ausgestattet. Genauso hier wie mit den Ton-Controls natürlich Bass, Treble, Balance einstellbar. Und das Ganze kann ich nochmal umgehen. Also das ist schon richtig gut für diese Preisklasse. Wir sprechen hier mittlerweile von weit unter 400 Euro. Und dafür, und nicht nur dafür, sieht er fantastisch aus. Hat eine riesige Ausstattung. Ist richtig gut verarbeitet. Und wie er klingt, ja darauf gehen wir später mal ein. Aber eins kann ich euch sagen. Das hier ist nicht und das hier will er auch nicht sein. Nämlich ein Audiophiler Feingeist. Dafür finde ich war NAD früher noch nie bekannt. Und genau das setzen die hier mit diesem Verstärker fort. Einen Blick auf den simplen, aber fein verarbeiteten Rücken des NAD will ich euch natürlich nicht verwehren. Viel gibt es nicht zu sehen. Aber der Vollständigkeit halber, damit ihr das mal seht, auch hier die ganzen Eingänge natürlich. Ein paar simple, aber gut funktionierende Boxenklemmen. Die sind richtig fest zu schrauben. Bananas funktionieren natürlich. Kabelschuhe, lose Enden auch. Power-Consumption-Knopf an, aus, das Ganze, um das Ganze vom Netz zu nehmen. Und vielleicht ein klitzekleines Manko, aber in der Preisklasse durchaus üblich. Früher, heute auch noch, bei Denon zum Beispiel. Ist ein festes Netzkabel. Da muss man also deutlich mehr Aufwand betreiben. Möchte man das austauschen. Aber von meiner Seite gibt es da keinen Grund. Nur der Vollständigkeit halber. Hier einmal der NAD 316 BEE von hinten. Und jetzt hören wir uns mal an, wie das Ganze klingen kann. Ja, viel gab es hier nicht zu sehen, aber alles Wichtige ist natürlich da. Vor allen Dingen ein guter Kopfhöreranschluss, ein Klinkenanschluss nochmal für einen MP3-Player oder ein Media-Player. Und natürlich diese wunderbare Phono-Vorstufe. Mit dabei ist auch eine Funkfernbedienung, um das Ganze, wenn ihr noch einen CD-Player habt, umzuschalten, laut-leise zu machen, zwischen den einzelnen Quellen hin- und herzuschalten und natürlich den Vollverstärker an- und ausmachen. Das könnt ihr hiermit auch. Die ist natürlich auch dabei. Aber wie klingt das Ganze? Und das wird jetzt interessant, denn ich finde, und das ist kein Knock gegen den NAD, ich finde den wunderbar herrlich. Und zwar wunderbar herrlich, befreit von jeglicher audiophilen Art. Das Ding macht Spaß. Das Ding ist Zunder für jede Anlage, finde ich. Es macht Druck, natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber so kenne ich NAD auch schon früher. Ich habe selber den 356 BEE besessen und auch das war für mich kein audiophiler Feingeist, sondern eine pure Spaßmaschine, so wie NAD schon früher in den 80ern war, finde ich, so wie ich ihn jetzt hier getestet habe. Und das an einer ganzen Reihe von Lautsprechern. Sogar an der Acoustic Energy 509, an der Acoustic Energy 100, an der Heco Aurora 100. Überall war er dran. Und überall vermittelt er diesen unbändigen Drang, einfach nach vorne zu brechen. Das ist ein Rock'n'Roll-Verstärker, einer mit Punch, einer mit guten Mittenauflösung. Nicht die beste in seiner Klasse, wie ich finde. Der Cambridge AXA 35 spielt er in einer ganz anderen Liga, ist aber auch so gewollt, denn NAD hier gerade mit diesem Teil, die wollen, glaube ich, einfach Spaß vermitteln. Und das machen sie. Die Phonofrostufe ist sehr leise, sehr rauscharm, aber auch da, genau wie der ganze Vollverstärker, ich habe ihn auch mit dem CD-Player getestet, auf der leicht wärmeren Seite. Das heißt nicht, dass er dynamisch schwach ist, ganz und gar nichts. Er legt richtig los. Er hat einen richtig satten Punch, er hat einen guten Tiefgang für seine Klasse. Aber ich glaube, hier ist der Wert auf Rhythmus, auf Drive, auf Punch gelegt. Nicht auf Glanzlichter oben rum. Einfach ein flüssiges Gesamtbild darzustellen, ohne Ecken und Kanten. Und für Leute, die das möchten, einen Vollverstärker, um den man sich nicht sorgen muss, dass er vielleicht auch größere Boxen antreiben kann, oder dass er irgendwann mal nerven könnte, oder dass er zu heiß wird, oder sonstiges. Hier seid ihr richtig. Und wenn da noch in dieser Preisklasse unter 400 Euro sucht, mittlerweile gibt es sie nämlich weit unter 400 Euro, ist hier, finde ich, noch an der richtigen Adresse beim NAD, dem Letzten seiner Art. Und ich werde den auch behalten, noch zusätzlich zu meinen Vollverstärkern, denn ich finde, er macht einfach richtig Spaß. Das ist ein typischer Vollverstärker, bei dem ich mich nicht unbedingt im Sweetspot befinden möchte, wenn ich Musik höre, oder wenn ich Musik quasi abends auf der Couch studieren möchte, und ein Album neu genieße, oder sonstiges. Das ist ein Album, ich nehme eine Platte, ich habe richtig Lust auf eine Schallplatte mal, die lege ich auf, mache den Verstärker an, laufe ein bisschen in dem Haus rum, oder setze mich irgendwo hin auf die Couch, genieße das Album, genieße den warmen, runden Klang, der trotzdem dynamisch und differenziert unten rum ist, kommt natürlich da viel auf die Lautsprecher drauf an, aber das ist für mich ein reiner Genussverstärker. Einer mit wirklich Balls, möchte man sagen, für diese Größe, für diese Preisklasse, der treibt richtig nach vorne, und es macht hier wirklich Spaß, sich diesem Ding mal einfach zu widmen, zuzuhören, die Alben vielleicht mal ohne den Kopf zu genießen, ohne auf Audiophilitäten zu achten, sondern einfach mal genießen, die Musik fließen lassen, sich mal rocken zu lassen, wenn man AC-DC auflegt, Metallica oder sonstiges, das kracht hier ordentlich, und so muss es nämlich auch sein. Der kann auch recht laut, je nach Lautsprecher natürlich, das kann er auch. Doch irgendwann wird er natürlich obenrum schreiend, das ist klar, an der Acoustic Energy 509, die viel zu groß ist dafür, da wurde ab ungefähr 80, 85 dB oben unsauber, was klar ist. Untenrum, die Kontrolle war aber noch da, das war ganz witzig, aber dennoch an kleineren Lautsprechern, den Hecos oder den Acoustic Energy 100, da geht es richtig nach vorne, und er vermisst nichts. Natürlich gibt es keine Glanzlichter, das hatte ich schon erwähnt, es wird nichts vermisst, es ist ein rundes, packendes Gesamtbild, und es ist ein runder, packender Vollverstärker, hier finde ich, und ich liebe den NAD natürlich, und der muss bleiben. Ich hoffe, ich kann ihn noch ein paar Wochen behalten, und das Ganze noch ein bisschen nach hinten strecken, aber dieser Kamerad bleibt hier definitiv, um dann verschiedene Tests, oder wenn ich mal Lautsprecher einspielen möchte, möchte ich das damit machen, denn er macht richtig Spaß dabei, dann auch zuzuhören. Also, ich hoffe, ich konnte euch den letzten seiner Art ein bisschen schmackhafter machen, schaut doch einfach mal, wenn ihr einen Verstärker unter 400 Euro sucht, und keine Lust auf Cambridge Audio oder sonstige Konsorten habt, schaut euch doch einfach mal bei NAD um, das ist ein Kamerad, der gerne bei euch einziehen würde, und ich bin mir sicher, auch wenn ihr ihn gehört habt, einfach bleiben darf. Ein Vollverstärker, der alles bietet, was das Vinylherz, das Verstärkerherz, in dieser Preisklasse zu empfehlen hat, inklusive dieser fantastischen Phono-Vorstufe, einer guten Verarbeitung. Design finde ich schlicht, aber wunderbar. Also, das war's mit dieser Vorstellung, dieses kleinen, der letzten seiner Art Vollverstärkers, Vollverstärkerz NAD 316 BEE V2, und ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, und wir sehen uns ganz schnell beim nächsten Video. Also, bis dahin, macht's gut.